Beginnen möchte ich mit dem Hausherrn hier, Heinrich Grombichler, ein erfolgreicher Unternehmer, der hier viele Konzepte in seinen Unternehmungen schon umgesetzt hat und darf Heinrich jetzt herausbinden. Ja, willkommen lieber Heinrich. Ja, Heinrich, was verstehst du unter Liebe? Was ist dein Wirkungsbereich? Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier ein bisschen die Liebe in meinem Unternehmen reden darf. Was verstehe ich unter Ihnen? Ja, achtsam zu sein, jeden Tag wieder aufs Neue, sich klar werden, welchen Impact ich persönlich habe und welchen Impact wir in unserer Gesellschaft und in unserer kleinen Gesellschaft auch die Menschen haben. Ich habe das in unserem Unternehmen so realisiert, dass ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeliere und dazu einlade, bewusst zu sein, bewusst einen Umgang zu pflegen mit unseren Kunden, mit unseren Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Und das mache ich ganz pragmatisch, ganz einfach. Jeder, der bei uns ankommt in unserer Firma, bekommt ein kleines Büchlein geschenkt, ein Büchlein Fisch. Und in diesem Büchlein wird ziemlich gut geschrieben, wie unsere Firmkultur gehebt werden soll. Ich lade die Leute ein, die Liebe zu leben. Das sind so kleine Hinweise, wie zum Beispiel dieses, dass wir in unserem Unternehmen eine Fehlerkultur leben versus eine Erfahrungskultur, weil wir es in unserer Fehlerkultur leben. Ich frage immer wieder auch gerne und frage ich auch hier in dieser Runde nochmal mal, haben Sie in Ihrem Leben schon mal einen Fehler gemacht? Und da gibt es sehr gerne, da gibt es natürlich die Hand aufheben und dann sage ich, Leute, ihr habt noch nie einen Fehler gemacht, sondern ihr habt eine Erfahrung gemacht. Und das ist oft für sehr viele etwas Neues. Und es gibt da von meiner Seite nur den ganz dringenden Hinweis immer wieder, dass ich sage, ja, wenn ihr eine Erfahrung gemacht habt, dann regelt ihr wieder. Ich spreche das mit den Kolleginnen und Kollegen ab. Und das ist so, wenn ich so hineinspüre, das Erfolgsrezept Nummer eins, das wir in unserem Unternehmen haben. Und das gibt uns dann natürlich auch immer wieder recht, dass es besser wird. Du sprichst jetzt um Deinem Unternehmen und es sind viele Teilnehmern, die gar nicht wissen, was du denn Unternehmern hast. Ein Bildungsunternehmen. Ja. Wie viele Mitarbeiter? Wettarbeiterinnen? So, in etwa 1.500 Mitarbeiter und 500 bis 1.000 Trainer, also, weil es viele drei Minuten in der Grundarbeit sind, also ich würde sagen, so ungefähr 1.000 Trainer. Also 2.500 Leute arbeiten für mich, oder für die BWS-Training AG. Ja, es gibt so ein bisschen einen Überblick. Und was jetzt noch weiterbringt, oder was ist dein Anliegen? Ja, mein grundsätzliches Anliegen ist, dass wir alle, und ich auch, mehr Bewusstheit und Bewusstsein entwinden in allen Richtungen. Aber vor allen Dingen in der Richtung, dass wir ein besseres Miteinander leben. Und dieses bessere Miteinander, das schließt dann auch ein, den besseren Umgang, den bewussteren Umgang miteinander. Wir verstehen Bildung heute nicht mehr nur als Vortrag, als Nürnberg-Brichter, sondern wir verstehen Bildung, miteinander zu gestalten, dass die Teilnehmer und auch die Mitarbeiter zum Tun eingeladen werden. Es gibt bei uns im Unternehmen zwei Quartzen, oder Akkonyme, die ich gerne mit mir teile mit meinen Leuten. Das eine ist, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Kurz mitzill. Ganz wichtig, weil wir immer wieder so Lösungsprobleme orientiert sind und das Fingerbeutigen ist immer ganz weit, das gibt es bei uns nicht. Also zumindest höre ich das nicht. Und das Zweite ist das Tun. Das Einladen selber mitzugestalten tun. C-U-N, da und nach. Jeder meiner Mitarbeiter kennt diese beiden Akkonyme. Und das ist das, worauf es mir ankommt und wo ich denke, wo wir auch weiterkommen können. Das Tun, auch hier in der Liebe. Ich denke, das ist auch etwas, was ich sehr gerne immer wieder wiederhole. Es ist, darüber zu reden, es ist eine Seite und wie es tun zu kommen ist. Das ist was anderes. Ein ganz kleines Beispiel hier an dem Zusammenhang. Ich habe mir angewöhnt, meine Mitarbeiter inzwischen nicht einfach Hand zu schütteln, sondern, und der kann es nur noch mal holen, zu umarmen. Immer wieder. Und bei dieser Gelegenheit vielleicht auch noch mal ein Hinweis. Ich gehe jetzt zur Herzumarmung. Es sieht anders aus, als die normale Umarmung. Wenn ich zu jemandem hingehe und den einfach so umarme, geht es einmal so, bin ich kleiner, so bin ich größer. Und die Herz-zu-Härz-Umarmung, hier ist das Herz, das ist die Richtige. Und ja, da lege ich ein bisschen Wert drauf. Und wenn der Vorstand kommt und die Mitarbeiter umarmt, manchmal, ich bin ein bisschen überrascht. Ich mache das seit drei Jahren. Das war für mich auch ein Prozess. Ich habe das am Anfang auch nicht gerne. Aber ich habe es auch so ein bisschen früher im Denkste. Aber inzwischen ist mir das ein Bedürfnis. Ich glaube, meine fünf Minuten sind jetzt vorbei. So, jetzt? Vielen herzlichen Dank. Applaus Applaus Applaus